Und da wirst du dann Fjordur von Anfang an gucken können, wenn es dann losgeht. Das wird aber leider ein bisschen dauern, weil da kommen noch aktuell die V-Island-VUDs. Und die gehen, glaube ich, wenn Julia alles fertig geschnitten hat, fast bis Ende des Jahres. Das heißt also, Anfang nächsten Jahres fängt das dann dort an, wahrscheinlich mit Fjordur. Aber da habt ihr natürlich sehr viel Content auf dem Variety-Time-Kanal. Wie wird das geschrieben? Was genau meinst du? Oh, ein zu viel gemacht. Hey Kevin, ich schaue dich schon echt lange und tue das echt gerne. Ich weiß, jeder muss überleben und so, aber warum müssen die Werbeunterbrechungen so lange sein? Also drei Minuten in einer Stunde ist absolut fein. Wenn dich das stört, dann musst du aufhören, mich zu schauen zukünftig. Hier, Master, moin! Ist jetzt die Frage, ne? Ich müsste erst mal gucken, welches Level der Griffen hat. Ich könnte nämlich jetzt gerade mal 24 von diesen Pfeilen machen. Als Student muss ich leider an allen Ecken sparen, um mir überhaupt was leisten zu können. Ja, ist ja kein Problem, aber ich finde trotzdem, drei Minuten Werbung sind völlig fein. Und das hat auch nichts damit zu tun, Akiklon, dass ich zu toxic geworden bin. Ich bin genauso wie vorher, ich stehe da halt einfach nur hinter. Wenn jemand sagt, ey, drei Minuten Werbung finde ich ein bisschen viel, absolut in Ordnung. Ich werde es aber nicht ändern. Weil ich finde drei Minuten auf eine Stunde völlig in Ordnung. Und jetzt würde ich auch gerne einfach weiterzocken und da gar nicht mehr so drüber diskutieren. Wenn dir von 60 Minuten Livestream drei Minuten Werbung als zu viel erscheinen, dann tut es mir leid. Trapix, Dankeschön für den Prime Sub. Was hätte denn auch Student sein und Sparen mit Werbung zu tun? Ja, wahrscheinlich, weil die Mods gerade geschrieben haben, dass wenn er einen Sub raushaut, er keine Werbung mehr kriegt. Muss er ja nicht, aber ich finde drei Minuten, wie gesagt, halt völlig fein. Und das mache ich seit acht Jahren, wo ich jetzt auf Twitch unterwegs bin, so. Keine Ahnung, sehe ich halt einfach nicht den Sinn drin, das jetzt zu ändern. Weil ich bin damit fein. Und wenn es Leute gibt, die deswegen meinen Stream dann nicht mehr schauen zukünftig, nehme ich das in Kauf. Genauso wie ich den 145er Griffin hier in Kauf nehme. Das wird meiner. Da sind wir mal wieder bei dem Thema Fügung des Schicksals. Wäre mir der Drache nicht gestorben, hätte ich jetzt vielleicht die ganze Zeit nach einem Drachen gesucht. So, einmal so einen obligatorischen Hauer geben lassen. So, einmal so ein bisschen. Könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Kann man einer von Akylon 2020 die Watchtime überprüfen? Ah, nochmal einen Hauer geben. Vier Stunden. So viel zum Thema. Hab viel Zeit bei dir verbracht. Danke dafür, aber du bist mir zu toxic geworden. Das ist dann das Kaliber Zuschauer. Die versuchen wollen, dir einzureden. Sie werden deine größten Supporter. Wie viele Pfeile braucht der? Also, die hat 238%. Der ist Level 145. Geil. Was ist das? Dodo Dex sagt 39 Pfeile. Okay, der wird ja jetzt nicht sparen in der Zeit, wo ich hier bin. Wir müssen eh gerade warten, bis das Fleisch gammlig ist. Das dauert noch 3 Minuten 50. Aber eine 17%ige Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. Naja, wenn ich gechillt immer warte und dann schieße wieder, dann wird das klappen. Ich habe ja jetzt auch die, hier wie heißt es? Das Super Spyglass. Das Super Spyglass. Das Super Spyglass. Boah, ich glaube, dem gefällt das gar nicht, dass ich den da so drinnen gefangen habe. Der sieht aus, als wenn er stinksauer wäre. Hast du keinen Trike? Nee, Celine. Ich habe bis jetzt noch keinen gezähmt. Wie viel Prozent hat der Crossbow? 238. Kannst du keinen Punkt�ig? Oh, mein, ich bin. Ich bin. Die Karte. Ich bin. alles klar manuel ist ja auch ein geiles game also wenn drachen 40 level über dem standard level sein können dann wird es 190 sein aber ich meine ja ich meine bei den eiern kannst du 40 plus level noch haben ok let's go leute ja ich kann nochmal 40 stück machen und hier habe ich 55 bolzen und ihr habt ja gesagt so 40 schüsse werde ich brauchen ne ja vielen dank für die follows leute so ich lasse das einfach weiterlaufen so so aber das wird ja auch wie schnell der durch tickt so 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 in sein arsch so 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 kann er mal aufhören so drecksack so 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 moin 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 ja der muss mal was fooden damit ich sehe ja okay ja 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 der wird fertig easy going Leute wir haben einen griffen ich bin einfach ein griffen door der kriegt 72 plus level der wird über level 200 sein könntest du kurz auf die map würde gerne wissen wo du gebaut hast okay wir machen es so ab sofort immer wenn jemand die map sehen will muss er einen sub dafür extra raushauen hier habe ich gebaut ganz rechte seite viertes quadrat von oben 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 Mit welchen Mods spielst du? Ich habe auf YouTube ein Video darüber gemacht. Narko EU. Und vielen Dank für die Follows, Leute. Also die Karte macht schon ordentlich Laune, Leute. Und wir haben noch so viel, was wir machen können. Jetzt haben wir ja einen Griffen. Jetzt können wir richtig geil loslegen. Wir können jetzt die ganzen Farmviecher nach und nach ranholen. Können Unmengen an Ressourcen farmen. Bauen uns richtig auf. Dann werden weitere Viecher rangeholt. Dann geht es züchten los. Das wird richtig geil. Sehr viel geilen Content. Wie kommt eigentlich die erste Folge auf YouTube an? Ich will mal gucken. Gamers Time. Einfach mal schauen. Oh, okay. Ja. Gut. Das ist unter der Woche. Da denke ich mal, werden heute Abend noch ein paar Leute sich anschauen, was abgeht. G-Time. Wie viel Geld machst du mit Streamen? Nur als Frage. Ist eigentlich keine Frage, die wir timeouten müssen, Mods. Ist ja eigentlich eine vernünftige Frage. RTX, das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt Streams, da mache ich nicht mal 20 Euro. Und dann gibt es Streams, wo du auch als mehr machst. Das kommt immer drauf an. Ich glaube gestern, ich weiß gar nicht. Ich kann mal gucken. Ich bin ja jetzt nicht so jemand, der da irgendwie ein Geheimnis drumherum macht. Aber ich habe es jetzt auch nicht nötig, damit irgendwie rumzuprallen. Deswegen erzähle ich da auch nicht viel zu. Aber ich kann mal gucken. Gestern der Stream hat 784 Euro gebracht. Davor der Stream 294 Euro. Aber das sind auch nur jetzt, also nur Subs, Bits und Donations, ne? Da ist jetzt nicht Werbeeinnahmen mit drin. Das kommt noch on top quasi. Minus 50 Steuern. Ja, das sind ja keine 50% in Deutschland. Das sind ja irgendwie 42%. Aber du musst auch noch andere Sachen dazu rechnen. Ich zahle zum Beispiel 900 Euro an Krankenkasse. Weil ich bin ja gesetzlich krankenversichert. Und ich muss Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zahlen. Das heißt, die beiden Livestreams, die haben jetzt gerade mal meine Krankenkasse finanziert. G-Time, für was nutzt du das Geld, was du bekommst? Also ich würde es in Gaming-Setup machen oder so. Also mein Gaming-Setup? Ich glaube, das sieht so aus, dass ich auch da rein investiert habe, oder? Da unten steht mein Streaming-Rechner. Den habe ich gesponsert bekommen von Caseking damals. Das ist mein Gaming-Rechner. Hier ist mein Mischpult. Hier sind meine Bildschirme überall. Da oben habe ich meine Konsolen. Noch mehr Geld kann ich eigentlich gar nicht mehr ins Gaming-Setup investieren. Ich habe schon, somit glaube ich, das Beste vom Besten, was man sich holen kann. Kannst du davon gut leben? Joa. Also ich kann mir auf jeden Fall die Dinge, die ich mir wünsche, leisten. Aber ich spare das meiste auch an von dem Geld. Sag mal, mein großer Traum ist, am liebsten ein eigenes Haus, also mir ein Haus kaufen und dann einen dicken, fetten Lahn-Party-Keller. Und dann, wie vor 20 Jahren, mit den Kollegen in den Sommerferien getroffen und dann erstmal drei Tage Diablo 2 durchgesuchtet. Und danach einfach wie eine Leiche riechen. Einfach so einen richtig geilen Lahn-Party-Keller mit 10 PCs am besten drin. Und dann lade ich mir hier Romatra, Repass, Hanky, Chef Strobel, Trimax, lade ich alle ein und dann wird mit denen durchgesuchtet. Und ich würde mir eine richtig geile Küche einbauen mit so einer richtig heftigen Kochinsel für richtig geile Koch-Livestreams. Wo ich einfach die Kamera vorne hinstelle und dann ist das so, als wenn ihr in der Küche stehen würdet und könntet zuschauen. 750.000, dann viel Spaß beim Sparen. Naja, dann hast du ja wenigstens ein Ziel vor Augen, oder nicht? Und wäre ja auch eine coole Sache, ne? Für meine Zuschauer kann ich dann immer geile Events machen. Ne, das ist keine Eigentumswohnung, wo ich hier lebe. Das ist eine, ähm...